Das Ego-Plan, mit dem sich der Geist identifiziert hat, ist, dass wir viel tun müssen, um Freude zu erfahren. Dass wir viel tun müssen, um Wohlstand zu erfahren und Glück als unser eigen zu nennen. Denn wir müssen viel tun, um geliebt zu werden von irgendeiner Partnerin oder Partner. Und wir müssen noch in irgendeiner Richtung etwas für unseren Selbstwert tun, damit wir ein starkes Gefühl haben. Und solange wir an dieser Idee des Mangels, solange wir uns mit dieser Geschichte identifizieren, solange sind wir tatsächlich arm dran. Denn nichts davon ist natürlich wahr und vielleicht bist du schon in einem gewissen Alter, wo du feststellen kannst, hey, da stimmt was nicht. Diese Taktik, diese Technik, diese Überzeugungen, in diesem Leben glücklich zu werden oder Überfluss oder Freude zu erfahren, es funktioniert nicht. Egal, wie oft ich es probiere. Egal, wie viel tausendmal ich schon gedacht habe, dass dies oder jenes mir Glück bringen wird. Es funktioniert nicht. Es kann sein, dass wir kurzweiliges Glück erfahren. Es kann sein, dass wir kurzfristigen Überfluss oder Freude erfahren. Aber uns ist in Wahrheit etwas ganz anderes gegeben. Und das ist es, was wir begreifen müssen. Und wir müssen aber auch begreifen, dass die Vorgehensweise, wie wir jetzt vorgehen, dass dies nichts bringt, aber auch gar nichts bringt. Schau, ich selbst habe vieles ausprobiert tatsächlich und bin letztendlich, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach in allem gescheitert. Es war ein ständiges Scheitern und das Scheitern war vorprogrammiert. Ah ja, ich mache jetzt dieses, ich mache jenes, ich mache diese Weltreise, ich mache jenen neuen Job. Und gleichzeitig war die Angst da. Es war einfach eine undefinierte Angst da, die mich klein machte. Aber ich dachte, das ist normal, ich habe daran nicht gezweifelt. Das ist ja mein natürliches Betriebssystem. Es ist ja das, was ich schon immer erfahren habe, Kleinheit. Natürlich wollte ich nicht klein sein, dann musste ich das irgendwo über meine Männlichkeit kompensieren oder durch verschiedene Aktivitäten in dieser Welt, damit die Welt mich dann, zumindest meine engsten Freunde, mich als etwas Besonderes betrachten und denken, wow, der hat es aber drauf, toll, was der alles macht. Und die Kleinheit war aber dennoch da. Egal, was ich gemacht habe. Die Kleinheit, die Idee der Kleinheit war immer noch da. Egal, was ich mir kaufen konnte oder egal, welche Abenteuer ich erleben konnte. Die Kleinheit war dominant. Und das ist nicht unser natürlicher Zustand. Unser natürlicher Zustand ist Selbstfülle. Und Selbstfülle, wenn wir Selbstfülle wählen, dann sind wir nicht mehr in Angst. Wenn wir Selbstfülle wählen, dann spielt es keine Rolle, was wir tun. Und wir müssen nichts mehr Besonderes tun. Denn wir erfahren uns in grenzenloser Fülle. Wir brauchen nichts mehr von der Welt, um etwas Besonderes zu sein. Wir sind einfach nur da. Einfach nur da. Nur hier zu sein und sich keine Gedanken mehr zu machen über die Zukunft und ob dieses und jenes gelingen wird, weil ich nicht mehr davon abhängig bin, ist etwas Großartiges. Ich bin nicht mehr davon abhängig, dass dies und jenes geschieht. Ein müheloses Leben. Wer in Selbstfülle ist, lebt mühelos. Er macht sich um nichts mehr Sorgen. Völlig entspannt. Selbstfülle ist unser natürlicher Zustand. Und wenn Selbstfülle nicht dein ist, dann ist etwas schief gelaufen. Selbstfülle macht sich um nichts mehr Sorgen. Derjenige, der sich in Selbstfülle befindet, weiß, dass er immer das Richtige tut. Er zweifelt an nichts mehr. Sag dir mal selbst, wenn du magst. Selbstfülle ist mein natürlicher Zustand. Kannst du fühlen, dass sich da etwas entspannt? Kannst du wahrnehmen, dass sich da etwas ausdehnt? Selbstfülle kommt aus einer unermesslichen Quelle. Selbstfülle nährt sich selbst und braucht nichts. Nichts mehr von irgendwelchen Dingen dieser Welt. Selbstfülle ist mein natürlicher Zustand. Und immer wenn wir Selbstfülle wählen, wählen wir Ganzheit. Wir wählen Vollkommenheit. Wir wählen Gesundheit. Wir wählen Überfluss. Wir wählen einen Zustand des immerwährenden Friedens. Und da tun wir ganz, ganz viel für die Welt. Wer selbstfülle wählt, heilt die Welt. Wer selbstfülle wählt, heilt seine Familie, seine Freunde und jeden, der dir begegnet. Geister sind verbunden. Und wenn ich mich mit der Ganzheit in deinem Geist verbinde, musst du sie erfahren. Selbstfülle ist frei. Selbstfülle kann niemals Mangel leiden. Selbstfülle ist Zuhause. In der Selbstfülle sind wir Zuhause. Wir brauchen keinen anderen Ort mehr, um uns... Ich bin gerade mittendrin. Mir fehlen die Worte. Wir sind dann mit der Quelle verbunden, mit der ewig sprudelnden Quelle. Wir können sie Liebe nennen. Licht. Einheit. Erwachen. Schönheit. Gesundheit. Du willst doch gesunden, oder? Hier ist ein Angebot. Lektion 84 Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Dies ist der Hinweis für Selbstfülle. Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. Ich kann nicht leiden. Ich kann keinen Verlust erleiden. Und ich kann nicht sterben. Ich bin kein Körper. Ich möchte heute meine Wirklichkeit erfassen. Ich will keine Götzen anbeten und auch mein Selbstbild nicht erhöhen, um es an die Stelle meines Selbst zu setzen. Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. Die Liebe hat mich wie sich selbst erschaffen. Und jetzt sage dir mal vielleicht diese Worte, wenn du magst. Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. In den Anwendungen der Lektionen werden wir eingeladen, die Lektionen anzuwenden. Wir brauchen nicht einmal daran glauben. Wir können sogar aktiv Widerstand leisten. Und dennoch wird durch die Anwendung unser Geist neu geschult. Und das ist ein Phänomen, das ich bei mir beobachtet habe. Denn ich habe jahrelang nichts von dem verstanden, was hier in diesem Kurs stand. So ein bisschen, so ein Häppchen. Und mit manchen Lektionen hatte ich Widerstand. Weil Selbstfülle weit, weit weg war. Ich dachte immer, Gott hat mich vergessen. Oder die Welt, das Universum hat mich vergessen. Und Selbstfülle ist weit weg. Aber dass ich die Blockade war durch mein Denken, das wurde das, dämmerte mir mehr und mehr. Und heute will ich nicht mehr die Blockade sein, sondern, okay, das steht wohl, ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. Und es spielt keine Rolle, wie wir den Schöpfer nennen. Das ist Nebensache. Aber ich bin das Ebenbild meines Schöpfers und hierfür ein Gefühl zu bekommen. Hierfür also einen leichten Schimmer der Frische und der Wow, da ist was dran zu bekommen. Darum dreht es sich. Es dreht sich nicht mehr darum, um an den Dingen zu zweifeln und sie intellektuell, verstandesmäßig auseinander zu differenzieren. Das ist vorbei. Hier wird uns etwas ganz anderes gereicht. Hier wird uns etwas angeboten, was jenseits unseres Intellekts existiert. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und das ist heute unsere Antwort auf die Welt. Und das ist heute die Antwort auf unsere Erfahrungen, die mit Sicherheit kommen werden. Der Tag ist wieder voll mit irgendwelchen Ereignissen. Der Tag ist wieder voll mit irgendwelchen vielleicht Komplikationen oder schönen Dingen. Es spielt keine Rolle, welche Antwort gebe ich heute auf all die Dinge, die zu mir kommen. Ich brauche mich nicht darum zu kümmern, dass irgendwas zu mir kommt heute in diesem Traum, indem ich mich als Körper erfahre, welche Antwort gebe ich. Gebe ich die Antwort aus meiner Selbstfülle heraus? Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers? Oder gebe ich die Antwort aus dem Mangel heraus? Oh, das ist gefährlich, da läuft was schief. Ich muss aufpassen. Und schon setze ich mir eine neue Zukunft. Und schon setze ich mir eine neue Gegenwart. Und schon mache ich das zunichte, was mich in Wahrheit glücklich macht. Meine eigenen Blockaden sind es, die es heute zu überwinden gilt. Und jedes Mal, wenn ich die Liebe anspreche, die Liebe hat mich erschaffen wie mich selbst, lasse ich Licht in meinen Geist, der geordnet wird, wo eine Ordnung stattfindet. Und das nächste Angebot, das wir heute bekommen, heißt, die Liebe hegt keinen Groll. Groll hegen ist für diejenigen, die im Mangel sind, etwas ganz Normales. In Wut zu sein, ist für diejenigen, die sich Sorgen um ihre Zukunft und ihr Leben machen, völlig normal. Wütend zu sein auf eine Beziehung, die nicht funktioniert hat, ist für einen getrennten Körper völlig normal. Derjenige, der im Mangel an Liebe ist, ist letztendlich ständig wütend. Nur merkt das nicht. Manchmal zeigt es sich durch irgendeinen Ausbruch und meistens schlummert der Groll und die Wut im Unterbewusstsein und wartet nur darauf, wieder irgendwo zuschnappen zu können. Aber die Liebe hegt keinen Groll und wer in Liebe ist, ist in Selbstfülle. Wer in Liebe ist, macht sich tatsächlich keine Gedanken mehr um sein Leben. Er muss keine Pläne mehr machen, denn alles wird ihm gegeben aus der Selbstfülle. Alles wird ihm gegeben aus einem unendlichen Versorgungsplan, der jetzt schon durch dich hindurch wirkt, aber vergessen wurde durch die eigenen Pläne, die nur weiteren Groll hervorrufen. Groll ist der Liebe völlig fremd. Groll greift die Liebe an und hält ihr Licht verschleiert. Wenn ich Groll hege, greife ich die Liebe an und deshalb auch mein Selbst. So wird mein Selbst mir fremd. Ich bin entschlossen, heute mein Selbst nicht anzugreifen, damit ich mich erinnern kann, wer ich bin. Sag dir mal selbst, wenn du magst, hey, ich bin heute entschlossen, mein Selbst nicht mehr anzugreifen, damit ich mich erinnern kann, wer ich bin. Jedes Mal, wenn wir Groll hegen, greifen wir uns selbst an. Jedes Mal, wenn wir wütend sind, verdecken wir das Licht, das wir sind. Wir hängen einen dunklen, schweren Mantel vor, die Selbstfülle. Wir lassen unseren Geist verdunkeln, weil wir glauben, wir müssen uns selbst um die Dinge kümmern. Wer nicht 100% der Schöpfung vertraut, durch die er lebt, der ist im Mangel. Frage dich mal selbst, wie sehr du der Schöpfung vertraust, dass sie für dich sorgt. Daran kannst du bemerken, wie sehr du im Groll bist. Und je mehr wir diesen Kurs üben, desto mehr wird unser Geist darin geschult. Hey, heute ist der Tag der Selbstfülle. Heute ist der Tag der Liebe. Heute ist der Tag des Überflusses der Schönheit und der Ganzheit. Heute ist der Tag, an dem ich mich um nichts mehr sorgen muss. Heute bin ich frei, weil ich weiß, wer ich bin und ich will die Dinge nicht mehr dazu benutzen, um die Liebe mich selbst anzugreifen. Ich will die Erfahrungen dieser Welt nicht mehr dazu benutzen, um weitere Trennungen hervorzurufen. Ich will die Erlebnisse dieser Welt nicht mehr dazu benutzen, um weitere Sorgen und Traurigkeit zu verursachen in dieser Welt. Selbstfülle kommt von der Schöpfung, Mangel vom Ego. Und du hast immer die Wahl, durch welche Quelle du leben willst. Es gibt nur Liebe oder Angst. Es gibt nur Freude oder Groll. Es gibt nur Überfluss oder Mangel. Was du erfährst, ist deine Wahl. Tatsächlich, es ist deine Wahl. Und deshalb nimm deinen freien Willen und erlaube dir heute, zu verstehen, dass die Liebe dich erschaffen hat wie sich selbst und dass du keinen Groll mehr hegen musst und all die Wut ablegen kannst, weil du aus der Quelle der Selbstliebe, weil du aus der Quelle der Schöpfung all deine Kraft beziehst. Danke, dass es so ist. Danke, dass es so ist.